Wie schaut das ideale Überholmanöver aus? Beim Überholen auf einer Landstraße. Bei der Autobahn kannst du Zeit lassen, das ist völlig egal. Auf der Landstraße fährst du ganz dicht, du schaltest zuerst zurück, im zweiten oder im dritten, je nachdem, wie viele Gänge du hast in deinem Auto. Schaltest zurück, fährst du ganz dicht auf Haus mit dem Gänke. Das macht auch Spaß, oder? Sportlich Autofahren macht schon Spaß, es gibt ja auch den Sport, Autofahren.